Sein Name ist Louis Drex, neun Jahre alt. Er fiel in Lens End von den Klippen. Er war zwei Stunden lang tot. Sowas habe ich noch nie erlebt. Er liegt im Koma. Aber er lebt. Mrs. Drex, ich bin Dr. Pascal. Von Wundern zu sprechen gilt unter Medizinern als unprofessionell, aber ich mache hier mal eine Ausnahme. Hast du heute Morgen keine Nachrichten gesehen? Er wurde geschubst. Geschubst? Von wem denn? Gibt's was Neues vom Vater? Noch nicht. Was für eine Version hat Ihnen Mrs. Drex zu Louis' Unfall erzählt? Es war Louis' neunter Geburtstag. Ich habe ein Picknick vorbereitet. Er wurde aggressiv. Kinder wissen immer so viel mehr, als wir denken. Ich glaube, manche wachen einfach nicht auf, solange sie sich nicht sicher fühlen. Was, wenn Louis versucht Kontakt aufzunehmen? Ich würde gerne etwas ausprobieren. Doch Sie müssen vorsichtig sein. Louis, war das wirklich ein Unfall? Vielleicht hast du es gewusst. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast alles durchschaut. Ich bin dran, aber würde ich das nicht weghaben. Es war nur ein Unfall. War das wirklich nicht wegzunehmen. Ich bin dran, aber... Untertitelung des ZDF, 2020